Auslaufender Geleitzug, 5 Kolonnen, fetter Brock. Sehen Sie Sicherungsfahrzeuge, Zerstörer? Nein, auch keine Feger, keine Außensicherung, nichts. Merkwürdig. Jagen die einen von uns auf der anderen Seite? Verdammt, hell. Wie viele Boote sind von uns dran? Fünf. Was kehren wir jetzt? Ich glaube schon, noch kein Rang. Nach Backbord auf 180 Grad gehen. Backbord 5, neuer Kurs, 180 Grad. Na, Griechbaum? Wie ist Ihr Gefühl? Wird klappen, Herr Kallein. Ganz sicher. Ohr 1 bis 4, klar machen zum Überwasserschuss. Ohr 1 bis 4, bewässern. Ich fahr weiter. Gut so auf Brücke. Gut so auf Brücke. Ohr 1 bis 4, werden bewässert. Beide Maschinen AK voraus. Hart Backbord auf 107 Grad gehen. Anlauf beginnt. Achten Sie auf, Schwiebeldruck. Bug rechts, Lage 50. Alle gestellt. Entfernung 2200. Steht. Na, die zweite, Sie überlappen. Doppelschuss auf den dicken. Die anderen Einzelschlüssel. Ziel aufgefasst. Steuerbau 15. Beide Maschinen, kleine Fahrt voraus. Mündungsglappen öffnen. Schaltung Rohr 1 und 2. Neue Lage, 63. Einzelschlüssel. Steht. Lage laufend folgen. Deckung. Rohr 1 und 2. Feuererlaubnis. Rohr 1 und 2. Fertig. Rohr 1 und 2 sind fertig. Rohr 1. Los. Los. Rohr 2. Rohr 2. Los. Rohr 3. Feuererlaubnis. Rohr 3. Fertig. Rohr 3 ist fertig. Rohr 3. Los. Los. Von eigenes Gewalt. Rohr 4. Fertig. Rohr 4 ist fertig. Rohr 4. Los. Zerschlörer. Bedeutung. Piste weg. Eilum, Eilum! Los! 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 Ich fischse mich! Eilum, 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 Eilum! Eilum, Eilum, Eilum! Oh, das ist ein Moment! Den hat's erwischt. Weg da! Wir wollen uns, wir haben ihn! Wir haben ihn! Leise! Zeitung für dritten Torpedo. Oh, 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 oh. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020